Heute möchte ich dir zeigen, warum du den S-Verweis ab sofort nicht mehr nutzen solltest und dir zwei Funktionen präsentieren, die du an dessen Stelle einsetzen kannst, da diese gegenüber dem S-Verweis lediglich Vorteile bringen. Dabei werde ich unterscheiden, welche Excel-Version du hast, das bedeutet 2021 oder 365 oder jede andere Excel-Version, mit der du diese Funktion durchführen kannst. Falls das Ganze gut klingt, überleg dir diesen Kanal zu abonnieren und bleib jetzt dran. In unserem Fall haben wir eine kleine Übersicht mit Namen, Land, Punkten und Übungen, also eine ganz gute Vorlage, um den S-Verweis durchzuführen. Probieren wir mal den S-Verweis aus und schauen wir, warum das in dem Fall so ein großes Problem ist. Wir haben hier also den Namen als Suchkriterium und möchten in dem Fall die Punkte anwenden. Das ist kein Problem, ist gleich S-Verweis, Suchkriterium ist in dem Fall hier oben, die Matrix ist alle Namen inklusive Punkte, wir können auch die Übungen hinzunehmen, wenn wir das möchten und der Spaltenindex ist in dem Fall 2, weil die Punkte in der zweiten Spalte sind und die genaue Übereinstimmung soll bitte ebenfalls zutreffen. Wir drücken Enter und wir sehen, die Juli hat 95 Punkte. Das hat schon einmal gut funktioniert. Das Problem, das wir jetzt haben ist, wenn wir in dem Fall die ID heraussuchen müssen. Das bedeutet, der S-Verweis muss nach links suchen. Das kann schon mal ein großes Problem sein, wenn es nicht sogar unmöglich ist. Das heißt, wir schreiben rein S-Verweis, dann möchten wir wieder das Suchkriterium haben und die Matrix ist jetzt schon ein bisschen blöder. Beim S-Verweis ist es so, dass in der ersten Spalte des S-Verweises, das heißt, wenn ich diese drei Spalten hier nehme, muss in der ersten Spalte immer mein Suchkriterium zu finden sein. Das ist in dem Fall bei Punkten kein Problem gewesen, da es die zweite ist und der Name der ersten. Beim ID ist es aber so, dass der Name in der dritten Spalte ist. Das heißt, im Grunde wird das nicht funktionieren. Das heißt, ich schreibe jetzt zum Beispiel rein, der Spaltenindex ist jetzt eigentlich minus zwei, weil wir müssen ja zwei nach hinten gehen und wir möchten wieder falsch haben. Können wir Klammer zumachen, Enter drücken und wir sehen, wir bekommen natürlich einen Fehler. Das könnten wir beheben, indem wir die Namen einfach nehmen und mit der Shift-Taste gedrückt einfach hier rüberziehen. Aber das kann nicht immer angewandt werden und sollte eigentlich nicht das Ziel sein, wenn du eine Excel-Labelle bearbeitest. Aus diesem Grund möchten wir nun natürlich eine Alternative haben, die in jeder Excel-Version angewandt werden kann. Wie gesagt, die Version für 2021 und 365 hat eine deutlich bessere Funktion, die kann hier leider nicht eingesetzt werden. Starten wir mal mit der 2010er bis 2019er Variante. In unserem Fall starten wir mit der Index-Funktion. Die Index-Funktion ist dafür da, dass sie einen Wert aus einer Matrix nach der Zeile und nach der Spalte ausgeben kann. Das bedeutet, ich markiere mir hier die komplette Tabelle als Matrix und sage, ich möchte bitte aus der dritten Zeile die dritte Spalte und drücke Enter und ich bekomme natürlich die Juli raus, weil er in der ganzen Spalte geht und sagt, okay, ich möchte in die dritte Zeile gehen und dann möchte ich in die dritte Spalte gehen. Das bedeutet, ich kann statt einer Matrix einfach nur eine Spalte nehmen, dann kann ich die Spalte hier hinten weglöschen und dann kann ich zum Beispiel sagen, jetzt habe ich in der dritten Zeile ebenfalls die Juli. Jetzt müssen wir nur irgendwie darauf kommen, wie er diese drei automatisch bekommt. Das heißt, in dem Fall weiß er, die dritte Zeile nimmt er und wir haben wieder die 95. Das können wir jetzt ganz leicht mit der Vergleichsfunktion lösen. Ich zeige das mal unten her, wenn ich sage, ist gleich Vergleich, Klammer auf, haben wir hier ein Suchkriterium. Das klingt schon einmal ähnlich wie beim S-Verweis. Das heißt, unser Suchkriterium ist die Juli und unsere Suchmatrix ist natürlich die Spalte der Namen. Das heißt, ich nehme hier die Namensspalte und das Vergleichstyp, den hatten wir beim S-Verweis ebenfalls, sagen wir bitte eine genaue Übereinstimmung. Drücken Enter und wir sehen, jetzt bekommen wir hier die drei raus, die wir eben oben gebraucht haben. Das heißt, setzen wir das Ganze oben ein. Statt der drei nehmen wir jetzt den Vergleich, Klammer auf. Das Suchkriterium ist in dem Fall hier, das können wir absolut setzen. Und die Suchmatrix ist die Namensspalte. Dann können wir noch sagen, der Vergleichstyp ist 0, also genaue Übereinstimmung. Dann machen wir noch eine Klammer zu und drücken Enter und bekommen die 95 raus. Das Gute an dieser Funktion ist, da wir die Ausgabematrix und die Suchmatrix extra angegeben haben, ist es nicht relevant, an welcher Stelle meine Ausgabematrix platziert ist. Das bedeutet, machen wir das Ganze mal bei der ID. Das heißt, wir schreiben hier rein, ist gleich Index. Jetzt brauchen wir unsere Ausgabematrix. Das heißt, die erste Matrix ist immer das, was wir eben ausgeben wollen. In dem Fall suchen wir nach den Namen und wollen die ID ausgeben. Das heißt, wir wollen die ID-Spalte. Dann können wir einen Strichpunkt machen und schreiben Vergleich. Und jetzt haben wir so etwas ähnliches wie ein S-Verweis. Das heißt, das Suchkriterium ist in unserem Fall Juli. Das können wir wieder mit F4 setzen. Und die Suchmatrix ist hier die Namensspalte. Der Vergleichstyp ist wieder 0, zwei Klammern zu und wir drücken Enter. Jetzt haben wir die 3, weil die ID von Juli 3 ist. Das heißt, in dem Fall hat das schon einmal einiges besser funktioniert und deswegen sollte es schon einmal von Grund auf dem S-Verweis vorzuziehen sein. Ein, zwei Kleinigkeiten sind bei der Indexvergleichsversion jedoch zu beachten. Und zwar muss diese Spalte logischerweise und diese Spalte, also die Such- und Rückgabematrix gleich lang sein. Es spielt keine Rolle, ob zum Beispiel die Ausgabematrix eines versetzt ist. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Es muss lediglich gleich lang sein. Dann ergibt er nicht die Zeile zurück, sondern eben nur die Position in der Matrix. Das heißt, bitte darauf achten, dass die Such- und Ausgabematrix gleich lang sind. Aber das ist ja zum Beispiel beim S-Verweis und bei der nächsten Funktion genau gleich. Nur hier muss man eben speziell darauf achten. Nachdem wir jetzt festgestellt haben, wie wir in jeder Funktion den S-Verweis ersetzen können, möchte ich dir eine bessere und schnellere Funktion zeigen, mit der du das machen kannst. Das funktioniert leider nur in Office 2021 und Office 365 und das ist, du hast es wahrscheinlich schon erraten, der X-Verweis. Der X-Verweis, von dem grundsätzlich jeder momentan redet. Und wir sehen, wir haben hier deutlich mehr Auswahlmöglichkeiten. Zuerst ist wieder einmal das Suchkriterium. Das ist in unserem Fall zum Beispiel wieder die Juli. Dann haben wir die Suchmatrix. Das heißt, wir sehen, im Grunde ist das der Index und der Vergleich nur in einer Version zusammengefasst. Das heißt, Suchmatrix ist in unserem Fall der Name, können wir wieder Strichpunkt machen und die Rückgabematrix sind die Punkte. Das heißt, das ist wieder individuell und in dem Fall würde es wieder keine Rolle spielen, auf welcher Seite die Rückgabematrix ist. Jetzt haben wir noch ein paar mehr Funktionen und zwar können wir sagen, wenn nicht gefunden. Das heißt, wenn er keinen Wert findet, dann können wir sagen, nichts gefunden. Das können wir übrigens bei Index und Vergleich ebenfalls machen. Wenn wir noch einmal zurückgehen und beim Index und Vergleich reingehen, können wir davor sagen, wenn Fehler, mit Klammer auf, dann haben wir diesen Wert. Und wenn ein Fehler gefunden wird, dann soll er sagen, nichts gefunden. Anführungszeichen, Klammer zu, Enter. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Juli rauslösche, dann haben wir hier und hier nichts gefunden drinnen. Wobei man sagen muss, wenn Fehler, wird beim S-Verweis natürlich ebenfalls funktionieren. Das heißt, gehen wir wieder hier zurück. Wir haben jetzt also ein Nichts gefunden eingetragen und jetzt haben wir natürlich den Vergleichsmodus. Den haben wir davor ebenfalls schon gehabt, sowohl beim S-Verweis als auch bei Index und Vergleich. Hier können wir sagen, exakte Übereinstimmung, exakte mit nächstgrößerem und kleinerem Wert. Und dann haben wir noch den Platzhalter, Zeichenübereinstimmung. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist aber relativ einfach. Ich nehme das mal und sage, das ist die 2. Drücken wir mal Enter. Hat sich natürlich nichts geändert. Ein Platzhalter ist eine sogenannte Wildcard. Das bedeutet ein Stern. Das heißt, wenn der Wert zum Beispiel jetzt dann nicht Juli, sondern Jul heißt, dann wird er in dem Fall nichts finden. Wenn ich allerdings hier vorne sage, ich möchte diesen Wert haben und egal was dahinter steht, das heißt, ich mache ein Um-Symbol rein, ein Anführungszeichen, ein Stern und ein Anführungszeichen und drücke Enter. Auf einmal findet er die 95. Das bedeutet, er nimmt Juli und schreibt dahinter einen Stern. Und ein Stern ist ein Platzhalter und bedeutet, egal was hier steht, das soll bitte zutreffen. Das heißt, in dem Fall, wenn du nicht einen exakten Übereinstimmer hast, kannst du eben diese Wildcard-Funktion nehmen mit eben dem Anführungszeichen-Stern-Anführungszeichen. Ich lösche das mal wieder weg und sage bitte Übereinstimmung eine exakte. Zum Schluss haben wir noch den Suchmodus. Hier können wir einstellen, ob wir von oben oder von unten suchen wollen. Das bedeutet, entweder soll er von oben gehen und den ersten Wert zurückgeben oder bei minus 1 soll er von unten nach oben gehen und den letzten Wert zurückgeben. Das heißt, hier können wir wieder die 1 reinschreiben. Wenn wir nichts reinschreiben, ist es natürlich von oben nach unten. Und in wenigen Schritten haben wir alle Werte gefunden, außer eben den S-Verweis vor dem Wert, in der wir eben in der Tabelle Änderungen durchführen müssten, das wir natürlich nicht wollen. Und das waren auch schon die zwei Funktionen, die ich dir zeigen wollte, die in Zukunft deinen S-Verweis ersetzen sollten. Falls ich dir was gezeigt habe, was du noch nicht wusstest, würde ich mich wirklich über einen Daumen nach oben freuen. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, überleg dir das zu tun. Es ist kostenlos und du kannst deine Meinung jederzeit ändern. Wenn ich dich vom X-Verweis überzeugen konnte, dann würde ich dir raten, dieses Video anzusehen. Hier gehe ich beim X-Verweis nochmal viel mehr ins Detail und zeige dir, welche Funktionen der X-Verweis ebenfalls noch ersetzen kann. Es freut mich, dass ich dir weiterhelfen konnte. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!